So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mira Mann im roten Anzug. Heute sprechen wir über eine weitere Technik des Energy Flow, nämlich die 100% Mentalität. Was ist die 100% Mentalität? Dazu folgende Aufgabe. Deine Aufgabe besteht darin, eine Person X, nennen wir sie Hans im Glück, zu erreichen. Hans im Glück hat eine 10-stellige Nummer in einer gewissen Kombination und du nimmst den Hörer und wählst die ersten 9 Nummern richtig. Aber am Ende steht die 4 und du denkst dir, die 4 ist mir zu kantig heute. Ich will das alles ein bisschen runder haben. Ich nehme mal die 8. Zu wie viel Prozent hast du jetzt die Aufgabe erfüllt? Zu 0%. Nämlich du hast Hans im Glück nicht erreicht. Nicht zu 90%, weil man die ersten 9 Nummern richtig gewählt hat und am Ende sich entschieden hat, anstatt der 4 die 8 zu wählen. Die Aufgabe war, Hans im Glück zu erreichen und das wurde nicht erfüllt. Es gibt Dinge im Leben, die entweder zu 100% funktionieren oder zu 0%. Nämlich eine Frau ist entweder schwanger oder nicht schwanger, aber halb schwanger gibt es nicht. Was will uns die 100% Mentalität sagen? Wenn du auf der Arbeit bist, sei auf der Arbeit. Wenn du im Urlaub bist, sei im Urlaub. Wenn du nach Hause kommst, sei zu Hause. Wenn du Sport machst, mach deinen Sport und mach immer das, was du gerade tust, zu 100%. Und nicht, wenn man nach Hause kommt, dass man noch gedanklich auf der Arbeit ist. Wenn man Urlaub ist, dass man sich noch nicht Gedanken macht, was man alles noch zu tun hat. Denn damit macht man sich den Urlaub kaputt. Bei der Umsetzung der 100% Mentalität wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß. Bis demnächst, dein Mira.